ja das ist die bucht von kalle eine der größten natürlichen buchten die man als hafen benutzen kann und dafür wurde eben hier diese große festungsanlage gebaut zur holländischen zeit unter den holländern holländische zeit weiß ich nicht ob man das so sagen kann die portugiesen haben ja dann wohl auch mitgewirkt und später wurde es von den engländern übernommen man kann sehen ist schon eine sehr große eine sehr große stadt die haben schon ein paar tausend leute gelebt renne wirklich die große festung die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020